Dieses Video zeigt Ihnen, wie ein Widget auf der Startseite hinzugefügt, verschoben, seine Größe geändert oder es gelöscht wird, wie Ihre Startseite benannt wird, wie eine zusätzliche Startseite erstellt wird. Zum Zugriff auf die anpassbare Startseite über den Bildschirm wischen oder den Pfeil links von der Startseite berühren. Den Bildschirm berührt halten, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen. Eines der Plus-Symbole auf dem Bildschirm berühren und dann eine der verfügbaren Kategorien in der Fußzeile auswählen. Die Auswahl an Widgets mit den Richtungspfeilen oder durch Wischbewegungen durchblättern. Berühren, um ein Widget auszuwählen. Dieses wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Um das Widget zu verschieben, dieses berühren und an seine Position ziehen. Um das Widget zu einem anderen Bildschirm zu verschieben, dieses an den Rand des Bildschirms ziehen. Wenn keine zusätzlichen Bildschirme erstellt worden sind, erstellt diese Aktion einen neuen Bildschirm. Wenn ein Widget ausgewählt, zu einer neuen Position verschoben oder neu erstellt wurde, wird ein Größenumschalter angezeigt. Den Umschalter berühren, um die Größe des Widgets zu ändern. Um das Widget zu löschen, dieses zum Löschbalken ziehen und es dann loslassen. Um die Startseite zu benennen, den Bildschirmtitel berühren und den Text über die Tastatur eingeben. Zum Beenden OK berühren. Um eine neue Startseite hinzuzufügen, das Symbol zum Hinzufügen eines Bildschirms berühren. Es können maximal vier Bildschirme hinzugefügt werden. Um die Startseite zu löschen, das Löschsymbol berühren und Ja oder Nein auswählen, um den Vorgang zu bestätigen. Sobald alle Bearbeitungsaktionen beendet sind, das Symbol zurück berühren, um Ihre Startseite anzusehen. Weitere Informationen zu dieser oder anderen Funktionen finden Sie in der Betriebsanleitung. Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung brauchen, hilft Ihnen Ihr Jaguar Land Rover Händler gerne weiter.